Guten Tag meine Damen und Herren! Wir kommen nun zu unserem zweiten Thema. Wie ihr wohl alle auch kennt, ist das Goldene Kochbuch. Einer der erfolgreichsten Serien im österreichischen ORF. Bekannt als das beste Kochshow-Begnügen des österreichischen Rundfunks, ist das Goldene Kochbuch sogar zum ersten Platz von Europa gewählt worden. Dort werden wir wahrscheinlich alle wissen, einfache Zutaten wie Eier, Milch, Butter, Zucker, oder Salz, alles dieses, zusammen verarbeitet, zu einem Buch aus akzeptablen, guten Essen. Und hier sind wir wieder beim Kochbuch, das Goldene Kochbuch. Und heute machen wir ganz lecker Kekse. Frisch gekauft, äh, frisch gebacken natürlich, diese runden Kekse ganz einfach. Wir verletzen heute unsere Zutaten. Der Biller for Kids Kaukau, ganz wichtig. Falls es zu wenig Kakao ist, nehmen Sie natürlich Hasnusscreme von Clever. Und... Orangener Made... Und Clever! So, wichtig ist noch, splendid, damit alles so richtig splendet. Keine Ahnung, was das heißt, aber wir brauchen es auf jeden Fall. Dieser Zucker, auch Wiener Zucker genannt, ganz wichtig. Zimt und Pfeffersalz und natürlich den richtig guten geriebenen Pfeffer. So, bingo! Heute gibt es noch mal einen ganz besonderen Gast, und zwar... Florentina Kaus! Bitte sehr! Hallo! Sieg, was hat er... Sieg, was hat er... Sieg, was hat er... Sieg, was hat er helfen, diese leckeren, knusprigen, gekauften, äh, bebackenen Kekse zu backen. Ja, und der Vorgang ist so, ich werde Ihnen die Zutaten reichen. Matthias wird es durchführen, und Florentina ist sozusagen die, die das Ganze macht. Sie sagt uns das an. Okay? Verständlich doch! Dann würde ich sagen, Sieg, wir sind mal los, oder? Super! Was brauchen wir zuerst? Ein... Da sieht man ja nichts. Als erstes bitte mal die Nudeln! Ah ja, wir haben noch ganz vergessen. Nudeln! Und Clever, ganz wichtig. Clever ist mit Pocomaten. So, wir schnell mal, fertig. So! Hopp! Ja! Und hier! So viele! Ganz schnell! Kühlen! 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 Ja, gib mir das! Ja, das ist sehr schön! Ich mach das schon! Ja, los rühren Sie! Rühren Sie! Hoppa! Da ist eine Nudeln runtergefallen! Waaah! Ja, 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 ja! Die Putzfrau! Wir brauchen eine Putzfrau bitte! Und die Seite! Ja, ja! Aure die Nudeln schon! Und ein großer Winf! Mach dich sehr schön! Dankeschön! Vielen Dank! So, was brauchen wir jetzt noch? Ganz wichtig! Zimt! Genau! Und eschen wieder Zucker, bitte eine Schütze. So, reißen Sie es aber. Sie alle. Nutella. Und bitte ein bisschen Graschen, wir sollten immer zu wenig. Ja, ja. Das ist anders. So. Der Gast ist König, ja. Bitte Pfeffer. Pfeffer darf man nicht vergessen. Bitte bitte. Mmm, lecker, 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 lecker. Alles gefällt mir. Ey, da ist er noch. Die Orangenzeile. So. Ja. Aber es ist so oft, dass man so ganz wenig braucht. Da muss man auch zwei schlippeln, bitte. So, bitte. Sonst schmeckt mir gar nichts. Und eine, eine. Scheiße. Und eine, eine, eine. Einer mit, okay? Ah, warte, den Spülmittel. Oh ja, das bleibt. Die kann eines vergehen. Und eine, eine, eine. Einer, eine, eine. Na oben laufen. Na oben laufen. Komm, eine, eine. So. Jetzt, mein Lieben, müssen wir leider ein bisschen warten. Na, aber wie viel Grad müssen wir das machen? Hallo. Und Luft? Ja, Unterluft. 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 Und wie viel Grad? Wie viel Grad machen wir? 250. 250. 250? Geht schon. Ja, 50 ist zwar eh nicht, aber auch besser. So. Jetzt müssen wir aber leider, leider warten. Aber nicht so warten. Putzen, putzen, schnell. Wow, schiebt sich das falsch. Weg, so. Und auf. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Los. Aufmachen. Aufmachen. Wow. Das ist schön. Jetzt. Jetzt bitte alle aufpassen. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Ich muss Frau Putzen bitte. Ja, ich weiß ja schon. Ich weiß ja schon. So. Jetzt kommt der Test. Wow. Ja. Ja, das ist heiß. Nein, nein. Nein, nein. Komm du. Jetzt kommt der. Das ist gut那么 stark. Aber los, schütteln, 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 schütteln. Meine Oma. Meine Oma. Gibt euch mal die Zette es geht. Da kommen die Zollein. Meine Oma wird mal die Zette es geht. Super. Wow. Und jetzt. Kosen wirfos. Bitte. Das ist buck frisch. Weich. Seht ihr was diese zarten Fülle? Zoomeln sie ganz nah ran. Ähm. So kann ich auch jetzt haben. Das ist ja Röpka! Ja! Spitze! Spitze! Aber hier geht's! Diese Röpke! Schimpf! Schimpf! Jetzt kommt noch ein ganz guter Foto und da ist auch was! Da ist auch ein... Das ist auch was! Bisch! Geht ganz so los! Die Kamera! Ich brauch dich nicht mehr! Was sollen wir schon wieder zurück? Nein! Das goldene Oh! Da waren wir schon! Ich! Ich wünsche Ihnen Damen und Herren! Einen angenehmen Abend! Und viel Spaß! Bei der folgenden Show! Und bis morgen! bei einem bei einem der neuesten und aktuellsten Nachrichtenzus im österreichischen Rungfunk! bei einem bei einem bei einem Der vom Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.